Please hold for a very important message. Also vier Kräfte vereint haben jetzt das hier alles für euch zusammengestellt. Also solltet ihr in den letzten eineinhalb Monaten einfach zu sehr auch ein eigenes Leben gehabt haben oder so, dann ist das nicht schlimm, weil wir sind da. Wir sind für euch da. Meine drei Engel und ich. Und dem widmen wir uns heute. Vorgeplänkel heute, liebe Leute, was kann ich euch sagen? Also ihr werdet wahrscheinlich alle irgendwie mitreden können. Ich glaube, das sind so Sachen, die sagt sonst keiner. Also es ist so, ich fühle mich und ich schwöre auf alles. Ich mache das jetzt nicht für Fishing for Compliments. I swear to God, okay? Also lasst uns einen Schwur machen und ihr dürft nicht in die Kommentare schreiben, Sunny, du siehst gut aus. Okay, bitte macht es nicht. Aber ich fühle mich irgendwie seit so, seit wann war das denn? Dienstagabend, ne? Ich fühle mich seit Dienstagabend hässlich. Es ist, wie es ist. Ich weiß, ich schwöre, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber es ist einfach so. Ich hatte ja, also ich hatte einen Vorfall, sage ich mal. Und in diesem Vorfall wurden Sachen verbalisiert, die so meine Komplexzone sind, seitdem ich ein Jugendlicher bin. Und obwohl ich mittlerweile weiß, nee, Sunny, da ist auch so viel, wofür du dankbar sein musst und das ist toll und das ist toll und so, wurden in diesem Vorfall einfach diese Punkte aktiviert und seitdem schwirren sie mir so durch den Kopf. Ich habe auch schon mit ein paar Freunden darüber geredet und wir sehen alle ein, dass das sehr albern ist, aber manchmal stecken wir da nicht drin, ne? Also mein Thema ist gerade, ich fühle mich nicht so schön und ich hoffe aber, dass das in ein paar Tagen vergeht und, ähm, dass ich da wieder ein bisschen relaxter bin. Ja, das ist halt das Leben, ne? Also, wie gesagt, ich verurteile mich auch dafür nicht. Ich weiß einfach mittlerweile, dass so eine Dinger nicht für immer anhalten, ne? Und das macht mich, ähm, da an der Stelle einfach froh. Ich werde jetzt, nachdem ich das Video hier für euch fertig gemacht habe, auf den Geburtstag gehen und freue mich da auch schon auf Networking und neue Leute kennenlernen und so. Und ich werde mich da auf gar keinen Fall von abhalten lassen oder irgendwie sowas. Aber ja, das schwirrt so rum. Wie ist das bei euch? Kennt ihr das? So diese Ups und Downs, dass ihr euch mal richtig nice fühlt und dann wiederum denkt ihr euch so, äh, was ist los? So, habe ich zugenommen? Stimmen die Proportionen auf einmal nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist so eine Lebenszeitverschwendung, sich damit den Kopf zu zerbrechen. Aber so ist es gerade. Ja, und ansonsten, ähm, ja, freue ich mich jetzt einfach hier mit euch zu sein. Guck mal, ich muss selber schmunzeln, ne? Aber ich wollte es einfach ehrlich aussprechen. Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser Community bei, werde einer von uns. Hoppel mit dazu, klicke auf Abonnieren, aktiviere die Glocke und, ähm, gehe auch rüber auf Instagram, da bin ich auch aktiv und lasse euch so an meinem Leben, äh, teilnehmen. Und ja, let's go mit Gloria. Auf jeden Fall. Erstmal eine rauchen, ne? Auf den Raucherhusten. Ich habe mich jetzt seit, glaube ich, eineinhalb Wochen nicht gewogen und heute Morgen hatte ich einfach minus 16 Kilo. Richtig gut, minus 16 Kilo. 16 ganze Kilo. Sie hat die wahrscheinlich alle sehr, sehr gesund abgenommen, ne? Ähm, hat sie sich wahrscheinlich zwei Jahre für Zeit genommen oder eineinhalb oder so? Nee, hat sie nicht. Ging schneller. Aber trotzdem auf gesunde Art und Weise. Muss ich mal überlegen, 16 Päckchen Mehl, die ich rumgetragen habe mit mir. 16. Deswegen warst du immer so müde. Deswegen die ganze Erschöpfung. Ich hoffe, du musst jeden Tag 16 Kilo Päckchen Mehl auf deinen Schultern tragen. Aber ich esse halt auch wirklich kaum mehr was. Also, aber es geht voll. Also mein Körper hat sich so übelst dran gewöhnt. Ja, super. Ich finde es ja wirklich so funny, wie leichtfertig sie solche gefährlichen Themen anspricht, ne? Girls, ne? Dann zeigt sie denen irgendwie jedes Mal ihre Erfolge. 16 Kilo sind runter. Ich esse kaum was. Ist total schlecht für den Körper. Kann man keiner erzählen. Ich rauche stattdessen. Aber mein Körper hat sich dran gewöhnt. Mädels, könnt ihr auch machen. Bis die Periode dauerhaft verschwindet oder was? Das ist nicht lustig. Das ist wirklich nicht cool. Ich trinke sehr viel. Alkohol oder was? Ein Mai Tai, bitte. Ich habe schon wieder so einen Heißhunger. Long Island Icedee gibt es auch? Okay, dann nehme ich das. Noch ein bisschen stärker. Also, es heißt so, Säfte oder auch süße Sachen trinke ich sehr gerne. Ja, schön den Zucker für den Körper. Ja, weil sonst kollabierst du auch. Also, ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, ne? Aber, und ich kenne auch diese Phasen, in denen ich wirklich so mit so einer radikalen Diät auch auf einmal 10 Kilo abgenommen habe, ne? Das ist, als ich jung war, da putzelten die Funde, bis mir schwindelig wurde. Das kann aber nicht gut sein für deinen Körper. Und ich glaube sogar, vielleicht können sich Ernährungsberater ja mal zu Wort melden, aber ich vermute, dass es sinniger ist, die zuckerhaltigen Säfte wegzulassen und dafür lieber ein paar gesunde Mahlzeiten zu sich zu nehmen. So Gemüse, ne? Irgendwas dünsten oder kochen oder so. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich war, aber wahrscheinlich beim Trinkthema. Also, ich trinke halt sehr viel. Auch den Cosmo mag ich. Den trinke ich auch gerne, aber ich lasse die Kirsche weg. Gibt es da eine Kirsche? Also, dieses Zuckerobst lasse ich dann weg, ne? Ey, das raucht die ganze Zeit richtig spicy. Das ist spicy. Ja, frag mal den Hund, ey. Der raucht einmal so passiv für sein Leben mit. Das ist auch nicht schön. Der Arme. Und, wenn wir schon beim Thema sind, weil ich muss was erzählen. Ich habe um elf gleich einen Termin, mal wieder bei Medicare. Dafür ist Zeit, ne? Also, einfach hungern, bis der Arzt kommt, rauchen, bis die Lunge platzt. Aber Zeit und Geld, oder Geld vielleicht auch nicht, weil sie es bewirbt, für den Beauty-Dog ist immer. Ich bin auch überlegen, was ich genau machen soll. Ich will noch überlegen, ich muss mal brainstormen. Was wollt ihr, dass ich heute machen lasse? Was soll ich machen? Ich bin so freaky, spicy, spontan drauf. Ich mache alles, was ihr wollt. Ich wollte sowas mit Kollagenanregung machen. Ja, schön Anti-Aging, ne? Guck mal, das mit dem Rauchen, wenn du das zum Beispiel weglässt, dann kannst du dir auch ganz viel an Anti-Aging sparen, ne? Nur mal so. Also, man kann ja auch Dinge schon durch bestimmte Handlungen einfach, wie soll ich sagen, verlangsamen, ne? Und vielleicht, wobei, ja, Augenbrauen kann ich schon wieder sehr gut bewegen. Das ist auch scheiße, ne? Also, ich habe das Gefühl, bei ihr das ist das Einzige, worüber sie den ganzen Tag nachdenkt. So, oh fuck, ich kann das wieder bewegen. Ich brauche irgendwo einen Kollagenfaden, noch eine Kippe. Ja, ich trinke jetzt noch eine Capri-Sonne, aber esst dafür den ganzen Tag nichts. Läuft, ne? Vielleicht ein bisschen Botox rein, für, ja, die nicht vorhandenen Falten, dass sie weiterhin nicht vorhanden bleiben. Das ist so schön, ne? Womit hast du dich heute geistig beschäftigt? Ja, also eigentlich nur mit meinem Gesicht, ne? Wo kann ich noch irgendwie Spritzi-Spritzi machen? Was kann ich noch tun? Ja, und du so? Und eventuell wollte ich ein bisschen was in die Lippe machen, weil, ihr wisst ja, ich hatte vor einer Woche diesen allergischen, allergische Reaktion, wo ich ja ein bisschen dickere Lippen hatte. Und mir hat es schon ein bisschen gut gefallen und deswegen dachte ich mir, vielleicht so ein bisschen hier in die Oberlippe könnte nicht schaden. Maus, also, guck mal, wenn sie nicht gestorben ist, dann sitzt sie da immer noch und rätselt darüber rum, was sie sich da irgendwo rein injizieren kann, ne? Ja, mach es, steht dir super. Und vor allem, wenn du so einen Hyaluron-Schock hattest, umso besser. Lass dir das weiter da reinjagen. Und dann hat sie ja auch gesagt, sie neigt zu so komischer Wulstnarbenbildung, aber lässt sich die Augenlider straffen. Ich finde, bei ihr ist so richtig so no risk, no fun. Auch wenn ich schon eine starke Tendenz dazu habe, ich mache es einfach trotzdem. Ich habe ein paar Fragen bekommen, ob man das irgendwie an meiner Haut merkt, aber gar nicht. Habe ich einfach Glück gehabt. Und wisst ihr was, wenn nicht, ich habe so einen guten Draht zu Dr. Huema, dann gibt es halt eine Bauchdeckenstrafung. So what? Ne, es hängt nichts. Noch nicht. Und sollte sich das ändern? Nichts ist einfacher, als so einen Bauchlappen einfach zu entfernen. Ich sage euch das. Hab Glück. Beziehungsweise, ich mache ja auch Sport. Manche sagen ja immer so, Reiten ist kein Sport, aber... Wer behauptet, Reiten sei kein Sport? Also Reiten ist denitiven Sport, ja. Ich merke es immer wieder. Ich komme so aus der Puste. Reiten ist Sport, Leute. Also Reiten ist Sport. Egal, was die anderen sagen, wenn ich ihn reite, Tag für Tag, Nacht für Nacht, dann ist das verdammt nochmal Sport. Sofern man es so macht wie ich oder halt die Leute, die das professioneller machen. Ach so, ja. Also auch die, ne, aus dem bestimmten Milieu, die das dann professionell machen, die wissen auch Bescheid. Es ist einfach verdammt nochmal Arbeit. Arbeit und Sport. Wenn man natürlich nur drauf sitzt und schon gemütlich ins Gelände geht, dann ist es eher weniger Sport. Du kannst es nicht einfach auf deinen Typen draufsetzen und dann gemütlich mit dem so durchs Gelände galoppieren. Dann ist das kein Sport, ne. Du musst dich schon richtig anstrengen. So, und jetzt hat es hier Outfit-Check. Schuhe, Dior, Gürtel, Gucci, Oberteil, Gas, Tasche, Louis Vuitton, alles Maki, Maki, Maki. Okay, ich stehe das nicht. Also ich muss sagen, mir ist das nicht so wichtig, diese ganzen Luxusgüter zu haben. Aber irgendwie passt auch alles so ein klitzekleines bisschen zusammen. Oder, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir wissen es ja alle, ne. Also es ist so, ich nehme ganz viel ab, ich transformiere mich, ne. Ich lasse mir den ganzen Tag irgendwas reinspritzen. Ich habe so ganz teure Marken, ne. Weil das alles geknüpft ist an den Selbstwert. So ist es einfach. Das Selbstwertgefühl will man dadurch irgendwie pushen. Es heißt dann, warum regt sie sich denn auf, wenn er andere Mädels in der Story hat? Ich reg mich vielleicht auf, weil diese Person bis vor wenigen Wochen, unter fünf Wochen, eher so zwei Wochen, bis vor zwei Wochen, noch sogar mehr oder weniger bei mir ein Stück weit auch gewohnt hat. Okay, warte mal ganz kurz. Kim Virginia hat sie dazu ermutigt, jetzt mal Klartext zu sprechen, um nicht immer als die eifersüchtige Ex wahrgenommen zu werden. Und sie erzählt uns jetzt einfach, dass der Nico, der meinte, mit Gloria sei durch und von der würde er nichts mehr wollen und so weiter. Der hat jetzt vor kurzem noch bei ihr gewohnt oder was. Und hat dann noch mit der geschlafen oder wie. Aber wollte nicht, dass es die Öffentlichkeit weiß. Da denke ich mir, so schwache Nummer, ne, feiere ich gar nicht. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn man irgendwie so vorgibt, irgendwas zu sein. So, über die Ex hinweg und die ist ja rüber, die möchte ich gar nicht mehr reden, aber dann schlafe ich noch bei wer. Ne. Und weil es einige geschrieben haben, sie hoffen, dass ich nicht mehr Intuit bin. Leute, ich bin sowas von nicht mehr obsessed, nicht mehr Intuit, gar nichts mehr. Es ist wirklich, es ist eigentlich nur noch, wenn ich... Also wenn ich mal masturbiere oder so, wenn ich meinen Gelfinger auf die Klitt lege, dann bin ich schon manchmal noch Intuit, aber nur dann. Ansonsten bin ich sowas von drüber hinweg, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da so dran denke, ist es einfach nur noch eklig. Also wenn sie es richtig eklig findet, kommt jetzt auch noch Hass, weil dann würde ich sagen, du bist noch nicht im letzten Stadium. Es ist maximal noch Hass und Ekel, den ich fühle. Aber ich habe das Gefühl, sie möchte den Hörer, also diesen bestimmten Menschen, den Nikola, auch als Hörer für diese Story gewinnen und ihm so ein bisschen eins auswischen. Das hört sich danach noch für mich an und danach ist sie wahrscheinlich, als die Cam ausgegangen ist, erstmal heulen gegangen. Also Freunde, eigentlich wollte ich nichts mehr dazu sagen, aber... Das Real heute hat natürlich wieder fast den Boden ausgeschlagen. Gestern hat mich die Betty, also die neue Sandra beauftragt, ja auch schon übelst abgefuckt mit ihrer lächerlichen Story, wo sie schreibt, wenn ihr wüsstet von den Terroranrufen und den Beleidigungen. Okay, also Betty, weiß ich, hat ganz oft irgendwelche Storys von mir gerepostet. Die mochte mich mal irgendwie und die ist jetzt, ist die auch ein Reality-Star oder was macht die? Und die ist jetzt irgendwie befreundet mit Sandra und Sandra hat ja diese peinliche Story hochgeladen oder hochladen lassen, wo sie mit Nikola Armen abends durch so eine leere Disco geht und ganz durch Zufall dabei gefilmt wird. Und das wurde jetzt der Dame hier zugespielt und Betty meinte, Gloria sei eine Furie. Gloria gibt es aber auch ein bisschen zu. Sie ordnet das zeitlich nur ein bisschen anders ein und sagt, ja zu dem Zeitpunkt, als ich solche Anrufe getätigt habe, steckte Nikola quasi noch in mir und natürlich bin ich dann sauer, wenn er mit anderen Frauen irgendwas macht. Also es gibt Beef, Beef, Beef. Sandra und Betty sind jetzt Freunde und Gloria nicht. Und zu dem Reel werde ich jetzt gar nicht groß irgendwas sagen, weil es ist einfach nur wieder typische Sandra-Provokation, alles für Klicks und so weiter. Muss ich es aber sagen, habe ich bei Sandra auch das Gefühl, dass diese, das kann ja nicht sein, dass man sie immer filmt mit irgendwelchen Männern, wie sie da so Arm in Arm durch den Club geht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich wirkt das so, als wenn die elf wären und als wenn die auf der ersten Klassenreise wären irgendwo und da sowas dann machen. So, mach mal ein Video, wie ich mit ihm Arm in Arm durch den Club gehe. Oh mein Gott, ja. Sei ihr gegönnt. Ist auch ein bisschen lustig. Ja, ist das auch, aber sie lacht gleich im Keller. So, und hier haben wir von Betty, wie sie das einordnet, es war irgendwie überall bei It-Girl-Agenten. Ich glaube, Kim Virginia hat sich mit eingemischt. Alle haben hier eine Meinung zu, die einen finden es albern. Betty sagt, Sandra ist voll die tolle Frau und so. Und auch hier, sie ist eine ganz tolle, süße Maus, ja, weiß ich nicht. Was sie in ihr sieht, was alle anderen irgendwie nicht sehen können. Jetzt gerade auch bei Aito war jetzt nicht so eine gute Sternstunde für sie. Naja. Dann haben wir Credo. Und Credo verbalisiert hier oder schreibt etwas nieder, was ich auch mitbekommen habe. Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr auch das Interview gemacht habe mit der einen oder anderen Person. Und dann sagt der Credo, dass die Geschichten aus dem Paulaner Garten gehen wieder rum. Es wird rum erzählt, dass ich bei Temptation Island fremdgegangen sein soll. Dies entspricht zu 100% nicht der Wahrheit, zumal, dass die Produktion auf Biegen und Brechen veröffentlicht hätte. Ist halt das, was ich auch gehört habe letztes Jahr. Und dann gab es ja auch eine Augenzeugin mindestens. Und zwar die Kim Virginia. Das seht ihr dann in der morgigen News-Folge. Sie beschreibt nochmal ganz genau, was da passiert ist. Und diesen Wirbelsturm hat Credo jetzt aber auch genutzt, um nochmal aus seinem Onlyfans-Content hinzuweisen. Da könnt ihr ihn privat sehen. Was ihr so auf Insta seht, ist nicht privat. Das ist geschäftlich. Aber auf Onlyfans, wo ihr dann seine Gurke sehen könnt, das ist richtig privat. Das ist so auf Seelenebene. Und dann geht es hier drum, ob Aurelia die neue Make-Love-Fake-Love-Hauptdarstellerin wird. Und ich glaube nicht. Sie ist ja jetzt auch bei Love Island International dabei. Das fand ich auch Trash-Kurs ganz schlimm. Dann hat sie auch gesagt, können diese Menschen auch einfach mal was gönnen? Warum finden die mich alle scheiße? Also ich bin gespannt, wie sie sich da in der US-International-Version machen wird. Aber ich glaube nicht, dass sie die neue Jelis wird. Jelis ist jetzt auch bei Promi Big Brother dabei. Das ist auch sehr spannend. Naja, und hier haben wir Aurelio, der es wirklich getan hat. Der hat sich die Haare verpflanzen lassen. Und er hätte sonst niemals so einen Schritt gewagt. Beauty, Beauty, Beauty. Aber heutzutage bist du kein Influencer mehr. Wenn du kein Beauty machst und deswegen hat er sich jetzt dazu überreden lassen und fühlt sich einfach toll. Jetzt gehen wir rüber zu Dana. Dana, was sagst du? Also erstens, wie nötig hat man das, wenn man gerade aktuell verlobt ist, zu erwähnen, dass mein jetziger Freund damals mit einem anderen Freund und auch nur weil die einen Schlafplatz gebraucht haben, bei ihr gepennt haben. Vor allem, wir kannten uns da nicht mal oder waren zusammen oder sonst irgendwas. Das finde ich auch ein bisschen unangenehm, weil Valentina hat ja irgendwie schon, da kratzt es ja irgendwie zwischen den Beinen, wenn es um Gigi geht. Ja, ich weiß, das Thema ist sehr, sehr wirbelsturmig für euch und wenn man auch weiß, dass die beiden mal ein Date hatten in einer Show und wenn man dann auch sieht, dass sie, obwohl sie Jan an ihrer Seite hat, darüber redet, dass Gigi mal bei ihr geschlafen hat, da glaube ich schon, dass sie irgendwie ein gekränktes Ego hat. Und sie wirft Dana ja auch vor, sie würde sich immer an die Bekanntesten werfen und ich glaube halt, Valentina hätte das auch gerne. Das ist so mein Gefühl, vor allem, wenn sie dann auch sagt, Jan bringt ihr beruflich nichts. Ich glaube, Valentina hätte am liebsten jemanden an ihrer Seite, der auch bleibt, trotz der ganzen psychischen Gewalt, der 400.000 Abonnenten mehr hat. Und ja, aber Hauptsache zu mir sagen, ich pushe mich vom Fame von anderen Leuten auf. Ja, das ist die eine Sache. Das, was sie dir vorwerfen, ist am öftesten das, was sie eigentlich gerne selber hätten. Zweite Sache, an dem besagten Tag beim Festival haben wir uns ja auch kennengelernt, Gigi und ich, und da konnte eine bestimmte Person es gar nicht haben, dass er mir die Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass sie sogar ihren damaligen aktuellen Freund Scheiße behandelt hat, dass sie Gigi dann auf die Wange geküsst hat. Ihr damaliger Freund Peter, dem hat es gar nicht gepasst, sie musste es dann aber öffentlich erwähnen, Hauptsache einen Artikel bekommen, ne? Aber ich mache ja alles für Fame, ist schon klar. Ach, Peter war zusammen mit Valentina, oh Gott, der Arme, der ist ja auch geschädigt fürs Leben, ne? Oh Gott, der Arme, ja, und dann hat sie den Peter auf dem Festival scheiße behandelt, weil Gigi Dana kennengelernt hat. Warum glaube ich diese Story? So, jetzt ist hier nochmal eine Story von Dana und da ist aber Ricky, Riccarda ist zu Besuch bei Dana, das sind Freundinnen. Und wir erfahren jetzt einmal, wie es passiert ist, dass Maurice und Riccarda leider miteinander Schluss gemacht haben, weil das war ja schon irgendwie eine schöne Beziehung auch, oder? Nach dem Sommerhaus, ja, hat der Maurice sich ja die ganze Woche nicht gemeldet und ich habe dann ihn irgendwann angerufen und habe dann halt gesagt, ey, entweder setzen wir uns am Tisch oder wir trennen uns, weil ich kann das halt einfach nicht mehr so. Und er hat es gar nicht in Erwägung gezogen, dass wir uns nochmal am Tisch setzen und hat dann halt gesagt, ja, okay, Ricky, dann machen wir das halt, wie du gesagt hast, dann trennen wir uns. Ja, so war das dann halt, ne? Also, meinte er nicht immer, er sei irgendwie geradlinig und keine Ahnung, was ist das denn? Was hat Mama dir denn da beigebracht? Also, dass man so dann eine Beziehung beendet? Ich bitte dich. So, und jetzt haben wir hier den Erik Stehfest, der hatte ja eine klare Meinung zum Alexander Petrovic und jetzt gibt es eine Entschuldigung. Er sagt, die Entschuldigung kommt von Herzen. Sich zu entschuldigen ist für mich etwas, das ich nie wirklich beigebracht bekommen habe, deshalb fällt es mir nicht leicht. Doch meine Worte an Alex haben wirklich Hand und Fuß, ja. Also, ich weiß jetzt mittlerweile bei Entschuldigung immer nicht mehr, ob ich dir so glauben soll oder nicht, weil zuletzt hat sich ja Gigi auch entschuldigt für seine körperliche Attacke und dann, kurz darauf hat er das ja wieder vergessen, sodass er sich entschuldigt hat. Und, ähm, wenn du dich aber für eine Handgreiflichkeit entschuldigst, ne, dann, ähm, finde ich, änderst du auch deine Meinung nicht, egal, was die andere Person danach irgendwo öffentlich behauptet. Entweder du entschuldigst dich für die Tat, weil du findest, es war unangebracht, jemanden zu schlagen, oder nicht. Weil viele dann sagen, ja, natürlich hat er seine Entschuldigung zurückgezogen, als Valentina ihn zu Recht als Frauenschlägerin betitelt hat, er hat sie ja geschlagen ins Gesicht, ne. Ja, so, und deswegen, ähm, ja, finde ich, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber hören wir uns nochmal die Entschuldigung an. Ähm, tut mir wirklich leid, ähm, was ich da gesagt habe, das ist absolut nicht meine Art, so zu schießen, so auszuteilen und, ähm, das Anschauen der Folgen hat mich einfach nochmal extrem zurückgeworfen in die Zeit im Sommerhaus, ähm, was wirklich sehr anstrengend war, dort für mich, ähm, ja, klaren Kopf zu bewerben. Und, ähm, deswegen möchte ich das gerne, ähm, zurücknehmen. Ähm, tut mir leid. Ähm, genau. Liebe Grüße. Also, ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass der vielleicht bedroht wurde. Könnte das eventuell angehen? Oder? Ich weiß es nicht. Es wirkt so, also, wieso entschuldigt er sich jetzt neun Monate später oder so oder sechs Monate später und dann nicht beim Alex, sondern so öffentlich? Wir erfahren in der nächsten Woche, wie Alex darauf eingeht, ja, weil da habe ich noch eine kleine Story für euch, was er dazu sagt. Ihr merkt, ich habe heute so kleine Cliffhanger für euch aufgebaut, eingebaut. Ähm, jetzt reden wir über Jennifer. Jennifer ist ja eine krasse Sympathieträgerin bei Air The One dieses Jahr. Nicht, ne? Ähm, und da gibt es ein kleines Q&A und dann gibt es auch noch mal so ein Kindergartenspiel, wo man sich über sie lustig macht auf TikTok. Und zwar Spicy Girl Sabrina mit ihren neuen Freunden. Und das wird jetzt auch nochmal ein bisschen spannend. Und zwar Frage 1. Was war deine Abmache mit Danilo? Kein Küssen außerhalb eines Spiels. Ich meine, das hat sie ja eigentlich im Großen und Ganzen, ähm, auch eingehalten, ne? Oder? Hab es aber nicht eingehalten, weil, wie ihr wisst, dachte, da lief was mit Daria beim Auszug und da ich noch andere interessant fand. Also, sie kann mir nicht erzählen, dass sie tatsächlich dabei ist, eine Akademikerin zu werden. Wer schreibt dann bitte Fande? Fande? Fanta Sprite oder was? Fanta Lemon? Fande? Fand? Naja, okay. Und, ähm, ja, da war ja ein kleiner Teaser, dass einer irgendwie was gestartet hätte, ein Versuch in der Nacht. Aber du weißt ja, wie so Fernsehproduktionen auch laufen. Und du musst ja nicht dein Wort brechen, nur weil ein anderer es eventuell getan hat. Du weißt es ja nicht, ne? Aber gut. Ich glaube, dominierender war eher, dass du die anderen so interessant fandest. Haben sich Kandidaten bei dir nach ein paar Folgen entschuldigt für ihr scheiß Verhalten, Paulina Shakira? Paulina glaubt ihr doch wohl selber nicht. Dieses Mädchen ist einfach respektlos und hat einen kompletten Schaden. Ohne Anstand, ohne Anstand, ohne Anstand, ohne Anstand diese Frau. Ja, mit Shakira hatte ich das öfteren Kontakt. Ja, gut. Also, ich glaube, für Paulina bist du halt einfach auch gestorben. Und das mit dem Anstand, ja, sie ist schon wirklich sehr krawallig unterwegs, ne? Hat es dich belastet, dass die anderen so oft gegen dich geschossen haben? Ehrlich gesagt, nö, juckt nicht. Irgendwas war wohl interessant an mir, ja? Oder irgendwas war so schockierend, so autounfallmäßig an dir. Ja, dass die immer denken, dass man dann so interessant ist. Naja. Denkst du, die Girls im Haus waren eifersüchtig? Ein paar Jahre. Ich glaube, sie denkt wirklich, alle waren eifersüchtig. Weil sie denkt, auch alle Männer standen auf sie. Und ich glaube auch, sie denkt, alle Männer und alle Frauen, alle standen eigentlich auf sie. Und waren alle eifersüchtig auf sie. Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich bin auf jeden Fall wieder gesund und hab so gut wie ganz meine Stimme auch wieder. Und wollte mich mal bedanken für die ganzen gute Besserungswünsche, die ihr mir zukommen lassen. Dankeschön. Aber das war's noch nicht. Ich wollte nämlich über ein Thema sprechen, denn... Irgendwie war dieses Danke, Danke, Danke so... Sie wollte es so ganz schnell über die Lippen bringen, weil eigentlich ist sie voll sauer. Sie ist so... Okay, ich bin auf 180. Also, liebe Leute, danke, danke, danke für die Geburtstagsgrüße. Fickt euch alle. Okay, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. So, und zwar die Bitches reden wieder über mich. Es haben in den letzten Tagen viele Leute mir TikTok-Videos gesendet von verschiedenen Personen. Darunter eine Person, die versucht hat, mich so nachzuöffen auf TikTok, dass ich wie ein Pick-Me-Girl wäre. Auf gar keinen Fall. Also, ich und Pick-Me-Girl. Wisst ihr, wie weit das auseinanderliegt? Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Leute. Ich bin alles andere als ein Pick-Me-Girl. Auf gar keinen Fall. Pick-Me-Girl bedeutet, wenn du jedem Typen gefallen möchtest, ne? Ja? Ob ich dann... Ja? Oh Gott. Nee, ich glaube nicht, dass ich das bin. Leute, ich musste selber darüber lachen. Ich fand es ehrlich gesagt sehr lustig. Ich finde es auch witzig, wenn man dann auf das Profil geht und sich dann selbst mal die Frau anschaut. Ja, ne? Was für wie sie überhaupt selber dreht, wie sie sich auch gibt und... Achso, sie redet über Sabrina, ne? Ja, Sabrina macht das wegen beruflicher Dinge, ne? Sie ist ja Only-Fans-Girl und kein Pick-Me-Girl. Und da ist auch der feine Unterschied. Sie will damit wahrscheinlich Geld verdienen, weißt du? Fand sie irgendwie lustig. Vor allem, weil anscheinend muss sie ja ein kleiner Fan von mir sein, weil sie ja wirklich ihre Zeit investiert, Videos zu drehen, um mich nachzumachen. Ja, weil sie ist eifersüchtig auf dich und sie möchte genauso sein wie du. Und das ist das Problem. Leute, sowas nehme ich mit Humor. Sowas macht mich nicht klein. Also sage ich jetzt schon vorab, ne? Nur, dass du Bescheid wirst, ne? Also juckt mich eigentlich auch gar nicht. Ich habe mir das TikTok zwar 20 Mal angeguckt oder so und ich hasse sie und ich versuche sie gerade zu degradieren, weil sie richtig billig ist und scheiß TikToks dreht. Aber das mache mich nicht klein. Ich bin da wirklich easy-peasy-squeezy-lemon-squeezy, ne? Und so, wow. Es geht so immer vorbei, ja. Aber ich hasse sie. Aber dann gab es jetzt noch andere Personen, Alkoholkandidaten, die auch ein Video von mir gemacht haben, mich versucht haben nachzuäffen. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Also ich bitte euch. Die haben so einen Witz darüber gemacht, dass ich denke, jedermann käme hier für mich in Frage. Ja, klar habe ich das so gesagt. Aber warum macht man sich dann lustig über Aussagen, die ich getätigt habe? Das Ding ist, was ich ja wirklich, wirklich ekelhaft finde, ne? Also es nehme ich auch nicht mit Humor, ist, wenn Personen so kurz vor der Reunion, also vor der Wiedersehen, schon letzte Woche, mir schreiben, Oh, Jenny, wir müssen unbedingt was machen. Lass uns was unternehmen. Ja. Und dann, wenn ich nichts mit dem mache, eine Woche später, ne? Ein TikTok über mich drehen. Und, ja. Leute, es ist ein bisschen verkackt, ne? Also merkt ihr selber. Also merkt ihr selber, dass ich mich danach nicht mehr mit euch treffe und ihr nicht in das Format von Calvin mit mir reinkommen könnt als Freunde, als Fake-Freunde. Schon ein bisschen verkackt dann, ne? Wisst ihr Bescheid, ja? Also, ja, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? So? Was soll das? Mich bestrafen, weil ich mich nicht mit euch treffen möchte? Ich habe nicht genug Sendezeit bekommen und nicht genug Aufmerksamkeit. Die Leute, die da alle drunter schreiben, habe ich ja auch nur Gegenwind bekommen, sodass es auch irgendwie gar nicht lustig ist. Es ist gar nicht lustig, was ihr gemacht habt. Also eigentlich habt ihr den Strom für dieses Ringlicht verschwendet, eure ganze Zeit eigentlich, den Atem, den ihr geatmet habt. Es ist nicht lustig. Versteht ihr das nicht, oder was? Aldoan ist fast vorbei. Und ja, in den letzten beiden Folgen war es tatsächlich so, dass ich auch eine kleine, verwirrte Maus drin war. Ja, aber nur die letzten zwei, drei Folgen. Wirklich, also die Folgen davor, die 18 davor, war ich gar nicht verwirrt. Das sah nur so aus, wegen des Lichts und wegen des Schnitts und so. Ich bin gar nicht verwirrt. Hallo? Wo ich mir nachher denke, so wenn ich das sehe, die beiden Folgen, oh Danny, hätte ich das ein bisschen anders gemacht, so. Ne, aber nur die letzten beiden Folgen, wie gesagt, ne. Die anderen davor, das fand ich legitim und intim und so, dass ich mich so verhalten habe, da weiß ich auch gar nicht, was mit euch allen los ist, so. Was kommentiert ihr eigentlich hier für eine Scheiße, ey. Sie hat ja richtig ordentlich Gegenwind bekommen, ne. So von außen. Weil sie auf mich gegangen ist, habt ihr alle gesehen, vor, meine ich, zwei Wochen bei Aldoan. Und sie wollte, dass alle Leute auf mich gehen, ne. Weil ich ja da geflirtet habe. Das tatsächlich nicht mit dem Manuel, aber so im Allgemeinen. Ja, und dann soll sie mich ja einfach mal in Ruhe lassen und mit dem Buckel runterrutschen, ja. Wenn ich flirte, flirte ich. Und wenn sie nicht flirten kann, wenn sie eklig ist, dann sollen sie nach Hause gehen. Ich finde es halt krass, weil sie jetzt auch gegen Kim schießt und gerade eine Hetzwelle startet mit anderen Kandidaten und jetzt auch bei mir einen TikTok macht. und ja, einen TikTok über mich gedreht haben, wo ich mich nicht entscheiden kann, weil ich den und den und den und den gut fand. Ja, und ich weiß auch gar nicht, also eigentlich sind die ja auch zu dumm zum Atmen, diese Leute, ne. Alle, wie sie in diesem TikTok sind. Ich zeige euch das gleich. Und dann denken die aber so um die Ecke und checken, was da abgeht und so und machen einen Witz darüber. Also ich verstehe es auch nicht, ne. Sollen einfach alle TikTok löschen und so, die dummen, die hässlichen. Also verstehe ich jetzt auch gar nicht, ne. Ach so, warum ich mich mit solchen Sachen beschäftige, als angehende Psychologin. Ja, weil das voll wichtig ist, so. Und mir geht es auch voll gut. Eigentlich juckt mich das doch gar nicht, aber, ach Leute. Sabrina ist in meinen Augen jetzt wirklich eine Lachnummer. Also die ist so eine Lachnummer, ja. Und das sieht auch Kim so, ne. Und ich finde sie so lustig, ne. Guckt euch sie mal an. Sie ist wie ein Witz auf zwei Beinen mit kaputt blondierten Haaren. Wurde sehr oft scheiße dargestellt bei Aldoan und denkt sich jetzt, okay, scheiße, was kann ich jetzt noch machen, um irgendwie doch noch gut dazustehen, um mal nach oben zu kommen. Ja, irgendwie nach oben zu kommen aus der Gülle, ne. Da fragt sie sich, wie sie da irgendwie hochklettern kann, die hässliche. Ja, aber so bestimmt nicht, gell. Also mit meinem Ruhm würdest du dich jetzt hier da hochziehen. Sag mal. Ja, Mädchen, ganz sicher nicht, wenn du versuchst, andere nochmal fertig zu machen, ne. Oder sich über andere lustig zu machen. Das natürlich nicht. Also Mädchen, so natürlich nicht, ne. Und dass ich jetzt hier auch deinen Namen nenne und das dann ja auch fruchtet und klappt, weil es gibt dann Traffic von meinem Account auf dein und andersrum und so. Also eigentlich ist das eine volle gute Idee, aber so halt nicht, ne. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Auch die Marie wüsste eigentlich, dass sie sich zehn Minuten lang am Telefon dauerhaft die ganze Zeit mir entschuldigt hat. Bitte, Jenny, zeig mich nicht an. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Also gerade Marie, ne, ja, die war mit allen beiden schon im Knast und so. Die habe ich schon fast verklagt, weil sie schon wieder so hässlich im TV rumgerannt ist. Das ist ja eigentlich schon strafbar. Und ich hatte sie fast angezeigt. Ich habe mit dem Gelnagel schon fast den Telefonhörer getätigt und den Notar angerufen. Und die kommen jetzt auch von der Seite und hat jetzt auf einmal neue Freunde und muss mich da jetzt irgendwie penetrieren. Also über Sandra müssen wir nicht reden. Das werdet ihr bei der Wiedersehen-Show sehen. Die habe ich nicht verziehen. Die hat sich auch gar nicht entschuldigt. Ganz ekliger Charakter. Voll die widerliche Bitch, ne. Hat auch nicht mal Entschuldigung gesagt. Also, ja, aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, sie könnte sich für irgendwas entschuldigen? Sie hat sich ja noch nie für etwas entschuldigt. Sie ist ja richtig so hier rein, da raus. So, und jetzt gucken wir uns dieses TikTok an. Und ihr müsst euch halt vorstellen, das sind alles erwachsene Menschen Mitte, Ende 20, ne. Es ist richtig schlecht, Leute. Es ist richtig schlecht. Ich bin richtig enttäuscht von Elia. Junge, bist du nicht normalerweise am Beten oder Yoga machen oder so? Was ist hier los bei dir? Leute, seid ihr auch so verstört? Das ist das TikTok. Es ist schlecht. Tschüss.